Hast du jemals darüber nachgedacht, dass die Objekte, die du in dein Zuhause bringst, mehr als nur eine materielle Präsenz haben könnten? Viele alte Philosophien wie der Zen-Buddhismus und Feng Shui lehren, dass alles um uns herum einschließlich physischer Objekte Energie trägt. Diese Traditionen sprechen von Lebenskraft oder spiritueller Energie, oft als Chi, Prana oder Mana bezeichnet, die in allen Dingen eingebettet ist. Laut diesen Glaubenssystemen können Objekte deine Stimmung, Denkweise und sogar dein allgemeines Wohlbefinden beeinflussen, je nach der Energie, die sie tragen. Was wäre, wenn diese scheinbar unschuldige Dekoration oder das Möbelstück tatsächlich deine spirituelle Harmonie beeinträchtigen würde? Jedes Objekt in deiner Umgebung hat das Potenzial, Energie von den Menschen und Orten, mit denen es in Kontakt kommt, aufzunehmen. Ob es sich um ein antikes Möbelstück oder ein Erbstück aus der Familie handelt, Objekte wirken wie Schwämme für die emotionale und spirituelle Energie um sie herum. Diese Energie kann entweder positiv oder negativ sein, abhängig von den Umständen, denen sie ausgesetzt waren. Zum Beispiel könnte ein Objekt, das bei einer freudigen Feier anwesend war, positive Energie tragen, während ein Objekt, das inmitten eines Konflikts oder Traumas war, diese Negativität festhalten könnte. Das Aufnehmen von Energie durch Objekte ist kein neues Konzept. Es wird in vielen spirituellen und kulturellen Traditionen seit Jahrhunderten anerkannt. Diese Traditionen lehren uns, dass wenn Objekte negativer Energie ausgesetzt sind, sie zu Überträgern dieser Energie werden können und sie in deinen Wohnraum bringen. Das bedeutet, dass du möglicherweise unbewusst negative Energie in deinen persönlichen Rückzugsort einlädst, nur weil bestimmte Objekte in deinem Zuhause sind. Das bedeutet, achtsam zu sein gegenüber der Energie, die Objekte aufnehmen und tragen, ist entscheidend, um eine positive und friedliche Umgebung zu bewahren. Wenn dich das anspricht, nimm dir einen Moment Zeit, um über die Energie der Objekte in deinem eigenen Zuhause nachzudenken. Gibt es Gegenstände, die sich fehl am Platz anfühlen oder eine negative Assoziation tragen? Wenn ja, könnte es an der Zeit sein, sie auszusortieren und Platz für mehr positive Energie zu schaffen. Teile deine Gedanken und Erfahrungen mit der Energie in deiner Umgebung unten in den Kommentaren. Wir würden gerne hören, wie dieses Thema dein Leben beeinflusst hat. 1. Schmuck Schmuck ist eine besondere Art von Objekt, da er oft nah am Körper getragen wird und eine tiefgehende persönliche Bedeutung hat. Ob es sich um ein Familienerbstück, ein Geschenk von einem geliebten Menschen oder um einen Secondhand-Kauf handelt, Schmuck hat die Fähigkeit, die Emotionen und Energie derjenigen aufzunehmen, die ihn zuvor getragen haben. Dies kann sowohl positive als auch negative Erfahrungen beinhalten, von Liebe und Glück bis hin zu Trauer oder Verlust. Infolgedessen kann die Energieübertragung von früheren Besitzern im Schmuck verbleiben und den aktuellen Träger auf subtile Weise beeinflussen. Wenn zum Beispiel ein Schmuckstück von jemandem während einer besonders schwierigen Zeit im Leben getragen wurde, könnte diese emotionale Energie noch in dem Gegenstand eingebettet sein und dem neuen Träger Unbehagen oder emotionale Unruhe bereiten. Viele Menschen berichten, dass sie sich unwohl fühlen oder Stimmungsschwankungen erleben, wenn sie bestimmte Stücke von Secondhand-Schmuck tragen, ohne zu wissen, dass die Quelle ihres Unbehagens möglicherweise die Energie ist, die das Stück trägt. Es ist wichtig, sich der Geschichte des Schmucks, den man trägt, bewusst zu sein und Maßnahmen zu ergreifen, um ihn von jeglicher negativer Energie zu reinigen, die er möglicherweise aufgenommen hat. 2. Salz Salz ist viel mehr als nur ein Gewürz. Seine kraftvolle Doppelfunktion macht es unverzichtbar für Schutz und Reinigung. In vielen Kulturen wird Salz dafür verwendet, negative Energien zu absorbieren und zu neutralisieren, wodurch eine sauberere und positivere Atmosphäre entsteht. In Shinto-Ritualen in Japan wird Salz beispielsweise verwendet, um Räume und Menschen zu reinigen, während es in indischen spirituellen Reinigungsbädern eine wesentliche Rolle dabei spielt, Negativität abzuwaschen. Um seine reinigende Kraft zu nutzen, kannst du Salz in Wasser auflösen oder es in der Sonne stehen lassen, was seine natürlichen energieabsorbierenden Eigenschaften verstärkt. Ob zu Hause oder in deinem persönlichen Raum, Salz kann helfen, die Energie zurückzusetzen und einen Neuanfang zu ermöglichen. 3. Bücher Bücher enthalten mehr als nur Worte. Sie tragen Wissen, Erinnerungen und sogar die Energie ihrer früheren Leser in sich. Denke an dieses alte, gebrauchte Buch, das du vielleicht in einem Geschäft findest. Manchmal kannst du eine Art Schwere oder Unruhe spüren, als ob die Emotionen des früheren Besitzers darin eingebettet sind. Nimm zum Beispiel Heroes-Erfahrung. Nachdem er sich emotional durch ein altes Buch gestört fühlte, das er gekauft hatte, entschied er sich, es zu reinigen und die beunruhigende Energie verschwand. Du kannst deine Bücher leicht reinigen, indem du sie mit Salbei räucherst, sie in die Sonne legst, um sie natürlich zu reinigen. Oder sogar Klangvibrationen wie eine Glocke oder eine Klangschale verwendest, um verbleibende Energien abzuschütteln. 4. Pflanzen Deine Pflanzen sind nicht nur dekorativ, sie sind Umweltspiegel, die ständig die Energie des Raumes um sie herum absorbieren und reflektieren. Wenn eine Pflanze aus einem Ort voller Spannungen oder Negativität stammt, kann sie diese Energie mit sich tragen und möglicherweise den Frieden in deinem Zuhause beeinträchtigen. Ein Beispiel ist eine Pflanze, die aus einem angespannten Haushalt gebracht wurde und negative Energie aufnahm, wodurch die Harmonie im neuen Zuhause gestört wurde, bis sie gereinigt wurde. Um deine Pflanzen energetisch gesund zu halten, versuche sie mit ätherischen Ölen zu besprühen, sie in Sonnenlicht zu stellen, um positive Energie aufzunehmen oder sanfte Klangvibrationen wie eine Stimmgabel oder leise Musik zu verwenden, um ihre Umgebung zu reinigen. 5. Schlösser Schlösser sichern nicht nur unsere Häuser, sie können auch die Energie vergangener Umgebungen oder Besitzer einfangen und speichern. Eine Familie, die in ein neues Zuhause mit alten Schlössern zog, erlebte eine Reihe von Unglücksfällen und glaubte, dass die Schlösser die Energie vergangener Ereignisse aufgenommen hatten. Durch die Reinigung dieser symbolischen Beschützer kannst du verhindern, dass negative Energie dein Leben beeinflusst. Eine einfache Möglichkeit, ihre Energie zu reinigen, besteht darin, sie mit Salz abzureiben, sie in der Sonne zu lassen oder Klangvibrationen zu verwenden, um ihre Energie aufzufrischen und sicherzustellen, dass dein Raum auf allen Ebenen wirklich sicher ist. 6. Spiegel Spiegel sind mehr als nur reflektierende Oberflächen. Es wird geglaubt, dass sie die Energie um sie herum aufnehmen und reflektieren. Und in manchen Kulturen gelten sie sogar als Portale zu anderen Welten. Kenjis Erfahrung mit einem antiken Spiegel ist ein eindrucksvolles Beispiel. Nachdem er ihn in sein Zuhause gebracht hatte, bemerkte er seltsame Störungen, die erst aufhörten, nachdem er den Spiegel gereinigt hatte. 7. Kleidung Secondhand oder Vintage-Kleidung trägt nicht nur die Mode vergangener Zeiten, sondern kann auch die persönliche Energie ihrer früheren Träger behalten. Emmy zum Beispiel fühlte sich seltsam unruhig, nachdem sie ein Stück Vintage-Kleidung getragen hatte, bis sie erkannte, dass es die emotionale Energie eines anderen hielt. Nachdem sie es gereinigt hatte, verschwanden diese beunruhigenden Gefühle. Um Secondhand-Kleidung zu reinigen, kannst du sie mit Absicht waschen, sie in die Sonne hängen oder sogar Klangvibrationen wie einen sanften Glockenschlag verwenden, um verbleibende Energien zu klären und sie ganz zu deiner eigenen zu machen. 8. Matratzen Matratzen sind Orte, an denen wir einen erheblichen Teil unseres Lebens verbringen. Und im Laufe der Zeit können sie Energie ansammeln, insbesondere, wenn sie von anderen verwendet wurden. Ohne ordnungsgemäße Reinigung kann diese Energieansammlung deinen Schlaf und dein allgemeines Wohlbefinden stören. Icos unruhige Nächte auf einer gebrauchten Matratze sind ein anschauliches Beispiel. Nachdem die Matratze gereinigt wurde, verbesserte sich ihr Schlaf dramatisch. Um eine Matratze zu reinigen, kannst du sie dem Sonnenlicht aussetzen, sie mit Salz bestreuen, um verbleibende Energien zu absorbieren oder sogar ätherische Öle verwenden, um ihre Energie zu erneuern und sicherzustellen, dass sie einen erholsamen, positiven Schlaf unterstützt. Diese alltäglichen Gegenstände mögen gewöhnlich erscheinen, aber durch ihre Reinigung kannst du stagnierende oder negative Energien beseitigen und einen Raum schaffen, der dein Wohlbefinden wirklich unterstützt. Zum Abschluss dieser Botschaft ist es wichtig, sich an die Bedeutung der Achtsamkeit gegenüber den Energien um uns herum zu erinnern. Jeden Tag begegnen wir verschiedenen Energien von Menschen, Orten und Situationen und es ist entscheidend zu erkennen, wie sie unser emotionales, mentales und spirituelles Wohl beeinflussen. Das Bewusstsein für diese Energien ermöglicht es uns, unser Leben mit mehr Klarheit und Frieden zu gestalten. Es geht nicht nur darum, negative Einflüsse zu vermeiden. Es geht darum, bewusst zu wählen, was wir annehmen und was wir loslassen. Wenn du dich auf die Energie einstimmst, die du in deinen Raum lässt, kannst du dein inneres Gleichgewicht bewahren und deinen spirituellen Weg mit Selbstvertrauen weitergehen. Die regelmäßige Reinigung deiner Energie ist eine kraftvolle Praxis, die dein Gefühl und Funktionieren im Alltag verändern kann. So wie wir unseren physischen Raum reinigen, müssen wir auch unseren spirituellen Raum reinigen. Dies kann durch Rituale wie Meditation, Erdungsübungen oder einfach durch Zeit in der Natur geschehen. Der Akt der Reinigung hilft dabei, stagnierende oder negative Energien zu entfernen, sodass frische, positive Energien frei fließen können. Wenn du spirituelle Reinheit zur Gewohnheit machst, schützt du deinen inneren Frieden, stärkst deine Verbindung zum Göttlichen und sorgst dafür, dass deine Energie mit deinem höheren Ziel im Einklang bleibt. Nun, da wir die Bedeutung des Schutzes und der Reinigung deiner Energie erforscht haben, ist es an der Zeit, dieses Wissen in die Tat umzusetzen. Eine der effektivsten Methoden, um deine spirituelle Reise zu vertiefen, besteht darin, mit einer Gemeinschaft von gleichgesinnten Menschen in Kontakt zu treten. Teile deine Geschichten, deine Praktiken und deine Erfahrungen in den Kommentaren unten. Wie schützt du deine Energie? Welche Techniken funktionieren für dich am besten, wenn es um spirituelle Reinheit geht? Deine Einsichten könnten jemanden inspirieren, der auf seinem eigenen Weg nach Orientierung sucht. Und gemeinsam können wir eine unterstützende Gemeinschaft des spirituellen Wachstums und der Ermächtigung aufbauen. Abschließend erinnere dich immer daran, dass der Schutz deiner Energie ein Schlüssel zu einem ausgeglichenen und erfüllten Leben ist. Wie wir besprochen haben, schützt dich die regelmäßige spirituelle Reinigung nicht nur vor negativen Einflüssen, sondern befähigt dich auch, die positiven Kräfte zu umarmen, die dein Wachstum unterstützen. Indem du achtsam auf die Energien um dich herum bleibst, kultivierst du ein friedvolleres und ausgeglicheneres Dasein. Dieses Bewusstsein wird dir helfen, mit mehr Leichtigkeit, Klarheit und Selbstvertrauen durchs Leben zu gehen. Und das ist ein Wachstum, das ist ein Wachstum, das ist ein Wachstum.